So, jetzt laden wir nochmal ein. Oder, ne, ich kann hier auch einfach joinen, ne? Ah, jetzt. Sicher bist du Level 14? Ich kann leveln. Etheria was once... Ich hab noch keinmal diesen Vorspann gesehen, du Arsch. Ich kann ja leider gucken, der ne Buddha kann ja leider gucken, ey. Was soll denn was? Was level ich denn hier? Aura Lifespellen, Aura Effekt Spellen. Ok, ok. Aha, der hat schon einen Plan, ja. Hier auch mal ne Aura hinstellen. Ach ne, ich hab gar keinen Mana. Ah, ja. Ist ja doch, dass man mit den Lokalen nur... Äh. Ah. So. Wie ich spiel aufnehmen. Womit? Ah, ok. Nimmt der alles auf, oder? Also auch Bumble? Oh. Na warte, ich hab mich extra gemutet. Manchmal gar nicht. Ich hab einfach... Ah, die sind verkloppig. Ja. Oh, wie viel AP hat denn der? LOL. Alle, schon die kleinen vier haben so viel AP wie die früher. LOL, was hast du denn hier für viel? Eheh, geil. Macht der auch Schaden, ja? Greift er automatisch an, oder wie läuft das? Was? Neul, wie ich ihnen in die Wand kloppe, die Typen. Hehehehehe. Guck mal hier. Hehehe. Ah, das dauert nur ne halbe Stunde. Das ist der Dorn. So. Ja. Äh, Pisten. Ich weiß überhaupt nicht, was ich hier leveln sollte, äh. Äh. Ja, das find ich krass. Also das geht ja dann, zum Beispiel das Upgraden für 200. Das dauert ja dann eigentlich schon ein paar Level, bis man das darf. No. Achso, das mags, ja. Was bringt denn eigentlich das Mana auf der Bank? Das kann man später dann benutzen, oder was? Ah, ok. Damit kann man dann Sachen kaufen tragen, oder wie in dem Mana. Gell. Aber so viel macht man dann anscheinend auch, ey. Ich verdiene mal ein Einmiss, ja halt. Und wo ist es gelass? Oh, das war kein Problem. Oh, nein. Ich kann denn noch, wie dir zuerst spät auf dem Moment. Was ist die von den Moment, oder wie zuerst? Oh, das war nichtや. Oh, da war nicht. Oh, das war nicht. Oh, das war nicht. Oh, das war nicht. Oh, das war nicht. Ich weiß nicht. Oh, das war nicht. Ich kann schon mal was. Ich kann's nicht mehr nutzen. Eleg diese. Oh, da ist ja, ich kann mal was. Oh, eine neue Sanze. Sexy. Oh, eine Rüstung. Sexy. Alles Equipen. Scheißegal. Nicht mal auch irgendwie XP für Level, also für Upgraden oder so. Ah, ok. Kann man was reparieren? Ne. Oh, hier kommen wir am Pfarr. Alter, das ist so lächerlich, wie wenig Schaden ich an ihm mache. Oh, hier bin ich einfach zur Welt. Lass mich doch mal heilen, ihr dummen Flicker. Gießen mich ständig mit Pfeilen ab. Oder sowas. Ich muss mich jetzt hier heilen. Mann, das was ich mir heile, machen die mir halt wieder einen Schaden. Das Bogenschützen. Nice. Das Bogenschütz. Ja, ich bin ganz schön. Ja, ich bin ganz schön. Das Bogenschütz. Das ist so, wie es ich wollte. Ich kann mich nicht mehr, wie es denn hier angeht. Ich kann mich nicht mehr trotzdem nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr mal ein bisschen mehr in die Aufrikungsmaß. Oh ich bin gerade mal probierend, warte Hä? Auch bei dir oder was? Ah ja Was ist das denn? Wie gemacht wird denn das denn? Hast du doch halt dieser Pfeil Oh, okay Oh, nice